Okay, fuck. Ich habe es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Also für Zurückrufen ist es mir jetzt zu anstrengend. Wenn das Handy gleich nochmal klingelt, dann gehe ich nochmal dran. Was war das denn für Musik? Okay, Ryan. Kannst du es denn mittlerweile mit einem Zickzacks aufnehmen? Naja, das ist Level 10. Das traue ich dir ehrlich gesagt nicht zu. Wie sind die denn auf einmal schon so hoch hier? Wahrscheinlich, weil ich die Tränen im Blutenburgwald ignoriert habe. Aber ich hatte echt keinen Bock, gegen Wompel zu kämpfen. Das ist mir mit meinem Team zu zäh. Eieieiei. Okay, das war der auch kaum Schaden. Kein Glück habe ich Absorber, sonst müsste ich mich nach jeder dritten Runde gefühlt heilen. Ich habe doch gerade eben noch davon geredet. Top-Genesung auf Zickzacks einsetzen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die ziehen das doch hier nur künstlich in die Länge. Ich gewinne sowieso. Wir werden nur irgendwann die AP ausgehen. Also, ich nehme weiter übrigens noch gerne Vorschläge für Pokémon auf, die ich ins Team nehmen soll. Gerne mit Nick nehmen. Karpador haben wir bis jetzt schon. Und fuck, ich muss langsam mal auffassen. Wird ihn das umbringen? Ich habe nicht so richtig drauf geachtet, wenn sie sich gestehen. Okay, gut. Boah, 120. Not bad. Ryan hat Level C. Noch vier Level und dann entwickelt sich Ryan und dann ist er vielleicht useful. Ich hoffe es. I hope really hard. So, ich werde doch mal einen Trank benutzen. So, da kann ich jetzt ein Zerschneider hin. Hallo? Hier müsste es doch eigentlich Karpador geben in diesem See, der da ist. Aber ich brauche einen Angel. Oh, Luturzel. Das ist auch so ein cooles Pokémon. Luturzel versus Samwurzel. Okay. Wachstum. Oh, why not? Fuck, ich wollte das nicht nochmal machen. Oh. Na gut, komm. Da müssen wir doch jetzt mit unglaublicher Kraft reinhauen. Oh ja. Oh, war ein Crit. Okay. Da habe ich mich zu früh gefreut. Aber egal. Sollte vielleicht für ein Two-Slash-Four-Hit reichen. Da kriegt er nicht allzu viel Kfee zurück. Oh yes. Ryan hat gerade sein erstes Pokémon alleine besiegt. Grüße gehen raus. Was, ich habe EP-Teile an? Moment. Stand da gerade, ich habe EP-Teile an? Das heißt, das hat sich... Hat die ganze Zeit absolut nichts gebracht, dass ich meine Viecher hin und her geswappt habe. Na, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Adika. Hast du toll gemacht. Das heißt, wir könnten schon den ersten Orden haben, aber ich habe schön viel Zeit verschwindet. Na gut, das vielleicht nicht, aber ich habe trotzdem schön viel Zeit verschwindet. My bad. Sollte. Die Person, die mich angerufen hat, hat jetzt eine SMS geschickt. Ich werde jetzt einmal ganz kurz beantworten. Das tut mir sehr leid, aber es ist etwas dringend. Da-dum, da-dum, da-dum. Äh, 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 Pfund. Äh, 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 Pfund. Äh, 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 Pfund. Äh, 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 na, senden. Und ich bin wieder vollständig da. Sorry, Leute. Okay, ich habe ein bisschen gelogen. Ich bin jetzt wieder vollständig da. Jetzt klingelt das wieder. Ich kriege einen Anfall. Okay, Leute. Be right back. Sorry, Boys. Äh. Ja, das ist ein bisschen so wie in den früheren Pokémon-Teilen, wo durchgehend Leute einen angerufen haben. Nur da konntest du die ganze Zeit A drücken und dann haben sie wieder aufgelegt. My bad. Hallo Helge übrigens. Schön, dass du zuschaust. Kapador. Okay, Kim. Kapador. Ich brauche aber trotzdem erstmal eine Angel. Ah, so Blutwurzel und Samurzel. Ei, ei, ei. Von den Zwillingen. Ja, ich glaube, da haben sie sich was bei gedacht, als sie das gemacht haben. So, ich würde sagen, da kloppen wir erstmal einen kaputt. Samurzel würde ja wahrscheinlich Geduld machen, ne? Gefährliche Sache. Egal, dann kloppen wir halt ihn zuerst kaputt und hoffen, dass das reicht. Was hat eigentlich mehr Schlage? Äh, 40. Und Pfund. Auch 40. Ja. Äh, okay. Dann nehme ich mal die. Ja, da angelten du, das stimmt. Aber ich kann ihm ja nicht einfach seinen Kapador klauen. Ich glaube, der hat auch irgendwie drei Kapador oder so einen Scheiß. Äh. Fuck, ich habe wieder nicht aufgepasst. Hat der jetzt Geduld gemacht? Oh ja. Oh oh. Ich bin im Big Danger, Leute. Ich bin im Big Danger. Ich bin im Big Danger. Also Lorenz oder Ryan wird leider gleich drauf gehen. Es tut mir unglaublich leid. Oh. Okay. Okay. Nice. Das war ein schöner Crit, muss ich sagen. Das war doch... Das war doch schön. Das hat Lorenz Ryan das Leben gerettet. Wenn ich denen das erzählen würde. Okay. Ich werde es ihnen vielleicht sogar erzählen. Oh. Und dann hauen wir hier die komische Seerose da auch noch kaputt. Und dann haben wir die auch besiegt. Kappador. Kappa. Na, Stauner ist auch so ein useless Move, ne? Na, soll ich es Kappa Pride nennen oder Kappador? Kappador. Kappador. Da ist er. Ich hole mir aber erst die Bären. Laber nicht so viel, Mann. Ich will doch nur deine Bären. Kappador. Okay. Also hast du noch Zeit, dich es dir anders zu überlegen, bis ich es... Bis ich es dann gefunden habe. Ich meine, es wäre auch schön, wenn irgendjemand nachgucken könnte, wie man die Angel bekommt und es mir sagt. Aber ich meine, kriegt man erst einen Faustauerhaven. Da kriegt man auf jeden Fall eine Angel, meine ich. Aber ich bin nicht sicher. Aber da sollten wir heute auch noch hinkommen. Okay. Okay, ich hätte mit Lorenz anfangen sollen. My bad. My bad. My bad. My bad. My bad. Es planscht da ein Kappador. Früher habe ich immer gedacht, dass wir eine 1-8-K-U-Attacke und die trifft einfach nie. Aber ich bin nicht der Einzige, der ziemlich dumme Sachen in Pokémon gedacht hat. Oh, Megasauger. Oh. Also, lass mal gucken. Megasauger, Stärke 40. Absauger, Stärke 20. Ja gut, da ist die Wahl, glaube ich, nicht so schwer. Und was? Step 40. Wir sind auch speziell besser. Ah, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Upgrade. So, und jetzt ist Zeit zu gucken, ob wir wirklich den IP-Teiler haben oder ob ich mich da verschaut habe. Ja, siehste, Kim, siehste. Ja, IP-Teiler, okay. Ich habe nicht gemerkt, wann wir den bekommen haben. Alter, wie viele Kappadoren hat er denn? Ei, 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 ei. Das Vieh sieht so hilflos aus, wenn es nicht im Wasser ist. Aber ich brüchte, wenn es im Wasser ist, sieht es genauso aus. Ey, nee, Lorenz hat gerade Ryan hartes Leben gerettet, Jonas. Übrigens, schön, dass du zuschaust. Boy. Deswegen habe ich leider keine Zeit für Estronie heute. Aber wir müssen mal einen Termin ausmachen, ne? Ähm. Ja, wenn du willst, kannst du ja gerne auch ein Pokémon aussuchen. Was ich nach dir benenne. Slash, dem du ein Nickname aussuchst. Ja, ja, ich habe es noch einen Meter raus geschafft. Krasse Sache war, krasse Sache. Pokémon Arena. Ja, wir kriegen endlich einen ersten Orden, hoffentlich. Bis später. Tschüssi. So, was ich als erstes haben will. Verschneider, das gab es hier. Ja, let's go, Kim. War das bezogen auf dein Lernen? Oh, ich habe das Gefühl, in dem Mülleimer ist was. Oh. Ja, okay, 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 okay. Unlucky, ja dann. Was musst du machen? Trainerschule, nee, da will ich eigentlich auch nicht hin. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall. Ich lasse dich immer noch wissen, wenn ich dein Kappador habe. Ei, 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 ei. Okay, da bist du bei mir leider in der falschen Adresse. Aber ich wünsche dir viel Erfolg. Ah, Tuchschlag. Perfekt. Wenn man Legendaries fangen will. Danke. So, hallo. Ich hätte gerne ein bisschen was. Und zwar... Äh... Ja. Eigentlich wollte ich Schutz kaufen, aber den scheint es nicht zu geben. Unlucky. No, was haben wir hier? Hallo? Nein. Ach, das ist die Trainerschule. Ja. Okay, ich würde sagen... Was denn du da? Du siehst wichtig aus. Okay, das war... Nicht so eine wichtige Info, wie ich dachte. Okay, ich würde sagen, wir machen uns an die Arena, oder? Ich glaube, Lorenz ist dafür die richtige Wahl. Der müsste sie doch eigentlich umhauen. Oh, hallo, eine neue Herausforderin. Ich würde sagen, wir machen uns an die Trainerschule. Ja, okay. Ich scheiße auf die Trainerschule. Es ist genauso wie... Äh... Ich würde sagen, wir fällt gerade nix ein. Ich würde sagen, aus Trainersgründen können wir die Trainer ja mal noch alle umkloppen. Level 7, das ist ja lächerlich. Müsse ich one-hitten, wenn er keine Fähigkeit hat. Ja, genau. Robustheit hieße. Au. Aua. Äh, Kleinschleine. Level 9, aber jetzt macht er ernst. Mega sauber. Keine Robustheit. Was hat's denn dann? Was ist denn die zweite Fähigkeit? Ja, das ist natürlich true, wenn die auf einmal ihr Finale raushauen. Aber da kenne ich eher die... Die, äh, Volto-Bälle dafür. Die sind doch davor auch bekannt. Ich muss sagen, ich glaube, mein... Mein Gag-Aber wird sogar in der Finale von einem... Kleinstein überleben. Jedenfalls mit dem Level. Ja, wohl Level 10 weiß ich nicht mehr. Aber Level 6 auf jeden Fall, oder was das da eben war. Äh, Robustheit. Ein Niedler, das drückt ja richtig viel, wenn man noch einen kapiert hat. Jaja, Kleinschleine kann das auch. Ich glaube, das habe ich auch so in Erinnerung. Oder war es Explosion? Ist doch noch schlimmer. Dominik! Ah, Dominik, du hast verloren. Hehe. So, äh, hier ist nix mehr. Was ist das für ein Arena? Ist das hier irgendwie so ein Museum? Ist die Höhenregion? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ah, okay. Gegen dich will ich nicht mehr kämpfen. Äh, wenn wir so richtig Triad-mäßig... Ja, beides elendig, da hast du recht. So richtig schön Triad-mäßig Sinebären auf unsere... Ah, okay, ich gebe es eigentlich nur ihm. Nein, ich will es dir zum Tragen geben. So. Triad-Mode activated. Hallo! Ich habe mir gar keine Taktik zurechtgelegt. Meine Taktik heißt... Mega-Sauger. Äh, Mega-Sucker. Es ist kein Zufall, dass Gag-Abo-Lorenz heißt. Hm, hm, hm. Ah. So. Ich nehme doch mal Mega-Sauger. Dann habe ich ein AP mehr. Ein KP mehr. Okay, jetzt in dem Trank. Reicht das überhaupt? Nee, ne? Ja. Kriege ich noch mehr KP zurück. Vielen Dank. Starke Taktik von der Arena-Leiterin. Bäh, bäh, bäh. Bäh, bäh. Bäh, bäh. Bäh, bäh, bäh. Bäh, 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 bäh.